Hallo da draußen, wie schön, dass wir heute gemeinsam nähen. Und zwar nähen wir dieses T-Shirt. Es ist einer meiner absoluten Favoriten in der Kollektion und ich hoffe, du wirst es so sehr lieben, wie ich es tue. Aber bevor wir loslegen können, möchte ich noch eine Kleinigkeit zu allen Neulingen sagen. Zuallererst, nähen soll Spaß machen. Also lass dich nicht zu sehr von kleinen Fehlern verärgern. Jeder macht sie und sie gehören einfach zum Prozess dazu. Also wenn du so richtig wütend bist, dann leg das Teil am besten an die Seite und nähe erst am nächsten Tag oder in der nächsten Woche weiter. Dann wirst du merken, dass das alles gar nicht so tragisch war. Als nächstes möchte ich dir noch sagen, wie wichtig es ist, dass du alle Erklärvideos anschaust. Ich möchte nämlich, dass du am Ende dieses Videos ein wunderschönes T-Shirt hast und damit ich das garantieren kann, ist es wirklich wichtig, dass du sie gesehen hast. Aber wenn du das alles schon gemacht hast, dann können wir jetzt loslegen und wir sehen uns ganz gleich am Ende mit diesem T-Shirt. Und kurz zur Information, bevor wir losstarten können, solltest du jetzt alle Schnitte zugeschnitten und markiert haben. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann mach das jetzt bitte. Zuallererst nehmen wir uns das Vorderteil und suchen uns die Kante E. Denn entlang dieser Kante, also der Saumkante, werden wir jetzt eine Naht absteppen. Diese hilft uns dann später als Markierung, um den Saum ganz einfach nach innen bügeln zu können. Auf welcher Seite wir diese Naht nähen, ist dabei komplett egal. Bevor wir mit dem Nähen von dem Kleidungsstück beginnen, ist es immer ganz wichtig, dass wir uns ein kleines Probestückchen nehmen, das aus dem selben Stoff ist, aus dem später auch das Kleidungsstück gemacht wird. Darauf nähen wir jetzt einfach ein bisschen rum, um zu schauen, ob alle Einstellungen der Maschine auch richtig sind. Vor allem schauen wir darauf, wie sich der Stoff beim Verschließen verhält. Denn wie ich schon im Erklärvideo gezeigt habe, lassen sich manche Stoffe von der Maschine reinfressen. Da gibt es dann so einen kleinen Papiertrick, das kannst du dir aber alles nochmal ganz genau anschauen. Probier aber auch, wie sich der gerade Stich ohne Papier nähen lässt und den elastischen Stich. Und wenn das alles genauso schön ausschaut wie bei mir, dann kann es jetzt losgehen. Wenn du Probleme hast, dann schau dir nochmal das Erklärvideo an oder schreib in die Community. Wie am Anfang erklärt, nehmen wir uns jetzt das Vorderteil und steppen die Saumkante ab. Dafür stellen wir die Maschine auf die längste Stichlänge, die sie hat und legen die Kante E auf die 2 cm Linie. Dann machen wir wie immer den Fuß nach unten, halten das Garn fest und drehen die Nadel in den Stoff. Wichtig ist, dass wir diesmal die Naht nicht verschließen, weil wir sie später rausziehen wollen und dann geht das natürlich nicht mehr. Also nicht rückwärts gehen. Und am Ende angekommen, die Naht wieder nicht verschließen und so ca. 10 cm Garn dran lassen und dann erst abschneiden, damit uns später das Rausziehen noch leichter fällt. Weil wir die Naht nicht verschließen, kann es sein, dass sich die Naht so komisch aufrüscht. Wenn das passiert, dann einfach mit zwei Fingern entlang der Naht den aufgebausten Stoff rausschieben. So, das Vorderteil ist fertig. Jetzt müssen wir genau das gleiche noch mit den beiden Rückenteilen machen und dann auch noch mit den Ärmeln. Und wenn du mit dem Absteppen fertig bist, dann gehen wir jetzt ans Bügelbrett und nehmen uns eine der Teile, die wir gerade abgesteppt haben und legen es mit der richtigen Seite nach unten auf das Bügelbrett. Dann klappen wir den Saum so nach oben, dass die Naht genau entlang der Kante verläuft und bügeln dann einfach richtig schön mit Dampf drüber, damit wir eine Faltkante haben. Am wichtigsten ist, dass wir am Ende eine wunderschöne Saumkante haben. Deshalb, falls du Wellen oder Zacken reingenäht hast, dann bitte bügel nicht entlang dieser Zacken und Wellen, sondern schau, dass du eine schöne gerade Linie hast. Wenn du das dann mit allen Teilen gemacht hast, dann nehmen wir uns das Halsbündchen und legen es mit der richtigen Seite nach unten auf das Bügelbrett. Nehm bitte auf alle Fälle die Nadel raus, denn da wollen wir nicht drüber bügeln. Und dann klappen wir einfach das Bündchen so um, dass alle Knipse ganz genau übereinander liegen. Und wenn das passt, dann einmal komplett entlang der Kante schön drüber bügeln. Jetzt können wir die beiden Kanten F, also die kurzen Seiten des Bündchens, aneinander stecken, damit wir sie dann verschließen können. Dafür klappen wir das Ganze wieder auf und falten das Bündchen so, dass die kurzen Enden ganz genau aufeinander liegen und die beiden richtigen Seiten innen sind. Danach stecken wir jetzt einfach, wie ich es im Erklärvideo gezeigt habe, diese kurze Kante. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann einfach das Erklärvideo nochmal schauen. Bevor es jetzt gleich ans Nähen geht, zeige ich dir noch kurz, wie man die Markierungsnaht, die wir vorher gemacht haben, wieder rauszieht. Dafür nehmen wir uns ein Garnende und ziehen so lange dran, bis es hoffentlich auf einmal rauskommt. Falls nicht, dann schneide einfach einmal in der Mitte der Naht durch und jetzt sollte sich das Garn wirklich ganz leicht rausziehen lassen. Als nächstes wollen wir die hintere Mitte, also die Kanten A, aneinander stecken. Dafür legen wir die beiden Rückenteile mit der richtigen Seite nach oben auf den Tisch und klappen sie dann so aufeinander, dass die richtigen Seiten innen sind und die Kanten A ganz genau aufeinander liegen. Das heißt, alle Längen und Kanten müssen übereinstimmen. Das gleiche gilt unten für den Saum, den müsst ihr aufklappen und schauen, dass die Bügelkanten auch aufeinander passen. Da können wir jetzt auch gleich die erste Stecknadel stecken und dann wie immer oben, Mitte und den Rest verteilen. Ihr wisst zwar schon, aber ich sage es noch ein letztes Mal. Falls ihr Fragen dazu habt, dann schaut euch gerne das Erklärvideo nochmal an. Und wir gehen immer noch nicht an die Nähmaschine, denn wir nehmen uns jetzt den Ärmel und legen ihn mit der richtigen Seite nach oben auf den Tisch. Dann falten wir ihn so, dass die Kanten D ganz genau aufeinander liegen und die richtigen Seiten wie immer innen sind. Wichtig ist wieder, dass die Saumkante aufgeklappt ist. Wenn wir das haben, dann können wir wieder wie vorhin stecken. Und jetzt können wir endlich an die Nähmaschine um alle Kanten, die wir gerade gesteckt haben, zu verschließen. Und für alle gelten dieselben Einstellungen. Wir legen den Stoff auf die 1 cm Linie, nähen mit dem geraden Stich und einer Stichlänge von 2,5. Und dann kann es auch schon wie immer losgehen. Wir machen den Fuß nach unten, drehen die Nadel in den Stoff, verschließen die Naht und nähen dann einmal komplett entlang der Kante runter. Am Ende natürlich verschließen auch wieder nicht vergessen. Wenn wir mit dem Rückenteil fertig sind, dann machen wir genau das gleiche mit den beiden Ärmeln und mit dem Bündchen. Ich habe schon öfters erwähnt, es ist unglaublich wichtig, immer jede Naht nach dem Nähen aufzubügeln. Deshalb machen wir genau das jetzt mit allen Nähten, die wir gerade genäht haben. Und da sie alle gerade sind, gibt es nicht viel zu erklären. Schaut einfach, dass die Nahtzugaben schön flach sind. Ah doch, eine Sache fällt mir doch ein. Und zwar unten beim Saum haben wir ja jetzt diese Kante wahrscheinlich ein bisschen rausgebügelt. Damit wir die wieder haben, einfach nochmal umklappen und wieder drüber bügeln. Wie schon erwähnt, machen wir jetzt genau das gleiche mit den beiden Ärmeln und mit dem Bündchen. Beim Bündchen ist wichtig, dass wir nach dem Aufbügeln das Ganze nochmal in der Hälfte umklappen und dann wieder über die Kante drüber bügeln, damit sie schön sichtbar wird. Als nächsten Schritt legen wir uns das zusammengenähte Rückenteil mit der richtigen Seite nach oben auf den Tisch und legen dann das Vorderteil mit der richtigen Seite nach unten drauf. Denn wir wollen jetzt die Seitennähte, also die Kanten B, und die Schulternähte, also die Kanten C stecken. Da aber das Vorderteil nicht genau gleich groß ist wie das Rückenteil, können wir nicht alle Nähte gleichzeitig schließen. Das heißt, wir konzentrieren uns nur auf eine Seite und eine Schulter. Dort schauen wir, dass die beiden Kanten C und B ganz genau aufeinander liegen. Wenn das passt, dann schauen wir wieder, dass der Saum aufgeklappt ist und können mit dem Stecken beginnen. Und ich glaube, ich brauche auch gar nicht viel mehr dazu sagen, außer so soll es am Ende dann circa ausschauen. Der nächste Schritt ist natürlich, dass wir das Ganze zusammennähen. Ich fange jetzt mal mit der Schulternaht an, du kannst aber auch gern mit der Seitennaht beginnen, komplett wie du willst. Die Einstellungen sind wieder genau die gleichen wie vorhin. Wir haben eine Stichlänge von 2,5, den geraden Stich und wir legen die Stoffkante auf die 1 cm Linie. Und dann genau das gleiche wie immer. Nadel in den Stoff drehen, die Naht verschließen, einmal entlang nähen und am Ende wieder die Naht verschließen. Und nachdem wir das mit einer Schulternaht und einer Seitennaht gemacht haben, müssen wir natürlich das Ganze, das heißt inklusive Stecken, nochmal auf der anderen Seite machen. Aber weil ich mir ganz sicher bin, dass du das jetzt alles schon kannst, werde ich es nicht mehr detailliert zeigen, sondern du schaust dir am besten einfach nochmal die letzten Sequenzen an, falls doch irgendwelche Fragen aufkommen. Und natürlich bügeln wir jetzt. Vergess bei den Seitennähten nicht unten den Saum umzuklappen und nochmal drüber zu bügeln. Und bei der Schulternaht ist es zugegebenermaßen ein bisschen eine Murkserei, weil das nicht nur eine Kurve ist, sondern man kommt auch nicht richtig ran. Also entweder nur mit der Spitze bügeln oder ihr habt so ein kleines Ärmelbügelbrett, dann verwendet das, damit geht es auf jeden Fall viel leichter. Und jetzt kurz gut aufpassen, weil beim nächsten Schritt ganz leicht Fehler passieren. Deshalb habe ich mir meine schnuckerligen Mini-Schnitte ausgedruckt, um dir ganz genau zu zeigen, wie man zu dem Armloch den passenden Ärmel findet. Wie du siehst, hat das hintere Armloch zwei Knipse und das vordere Armloch einen Knips. Und auch der Ärmel hat in der Ärmelkurve einmal zwei und einmal einen Knips. Diese Knipse dienen uns zur Orientierung, damit wir wissen, was vorne und was hinten ist. Wenn wir den Schnitt jetzt bei den Schulternähten aneinander legen, kann man gut erkennen, wie diese Knipse aufeinander passen. Vorne kommt der eine Knips vom Ärmel an den einen Knips vom Armloch und hinten kommen die zwei Knipse vom Ärmel an die zwei Knipse vom Armloch. Und außerdem kommt der Knips an der Spitze von der Ärmelkurve an die Schulternaht vom T-Shirt. Und jetzt noch kurz zur Erklärung, wie das Ganze ausschaut, wenn die Schnitte zusammengenäht sind. Also stell dir jetzt einfach vor, die Schulternaht und die Seitennaht sind geschlossen und natürlich auch, dass du das Ganze einmal doppelt hast, weil bei mir geht ja der Schnitt immer nur bis zur hinteren und vorderen Mitte. Und um die Ärmelnaht geschlossen darzustellen, werde ich das jetzt schnell mit Stecknahten befestigen. Und genau so hast du die Schnitte jetzt vor dir liegen, nur in Stoff. Und es wird jetzt nochmal deutlich, dass wenn du den richtigen Ärmel hast und er richtig liegt, du vorne einen Knips hast und hinten zwei Knipse. Außerdem sollte die Seitennaht an der Ärmelnaht liegen und der Knips oben an der Spitze der Ärmelkurve an der Schulternaht. So, du hast es geschafft. Der theoretische Teil ist vorbei und jetzt setzen wir das Ganze in die Praxis um. Dafür legen wir das Top und die Ärmel mit der richtigen Seite außen auf den Tisch. Und ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr viel sagen, außer dass du jetzt zum Armloch den richtigen Ärmel findest, der, wenn er richtig liegt, einen Knips vorne hat, genauso wie das Top. Wenn gar kein Ärmel passt, dann hast du leider beim Schließen einer Ärmelnaht nicht die richtige Seite auf die richtige Seite gelegt und musst somit leider diese Naht nochmal auftrennen und neu nähen. Aber denkt ihr nichts, ich habe diesen Fehler schon 100 Mal gemacht und er ist wirklich sehr schnell behoben. Aber wenn ihr dann den richtigen Ärmel gefunden habt, dann drehen wir einmal das T-Shirt verkehrt herum und stecken den Ärmel mit der richtigen Seite außen in das Armloch. Im Video sehen wir jetzt übrigens den T-Shirt Jumpsuit und deshalb ist auch die hintere Mitte keine Naht, sondern ist offen. Bei uns sollte das natürlich nicht so sein, also lass dich davon bitte nicht irritieren. Ganz wichtig ist, dass die Seitennaht an die Ärmelnaht kommt und dass, wie du siehst, die beiden richtigen Seiten innen sind. Wenn wir das haben, dann können wir dort gleich die erste Stecknaht stecken und wenn du das hast, dann kannst du als nächstes den Knips in der Spitze der Ärmelkurve an die Schulternaht stecken. Am besten steckst du bei den Nähten immer zwei Stecknahten, damit die Nahtzugaben auch wirklich auseinanderbleiben, wenn wir drüber nähen. Dann kannst du alle Knipse aneinander stecken und zum Schluss überall dazwischen. Damit uns später das Nähen nicht schwerfällt, ist es wichtig, dass wir hier ganz viele Stecknahten stecken. Denn wir haben zwar gegenwölfige Kurven und da ist es besonders wichtig, dass alles gut gesteckt ist. Das Ganze machen wir dann auch noch mit dem anderen Ärmel und dann widmen wir uns der Hose von dem Jumpsuit. Jetzt geht es wieder ans Nähen. Wir haben für diese Naht immer noch die gleichen Einstellungen, also Stichlänge 2,5 und gerader Stich und wir legen die Stoffkante auf die 1 cm Dänie. Ihr könnt mit der Naht anfangen, wo ihr wollt. Ich fange immer gern in der Nähe von der Seitennaht an, damit ich auch schauen kann, dass die Nahtzugaben beim drüber nähen wirklich auseinandergeklappt sind. Denn ansonsten haben wir durch die ganzen Lagen so einen dicken Wurzel und das wollen wir nicht. Wie immer, wenn wir die Position gefunden haben, machen wir den Fuß nach unten, drehen die Nadel in den Stoff und vergessen das Verschließen natürlich nicht. Zum ersten Mal liegen die beiden Teile jetzt nicht flach aufeinander. Wir müssen also schauen, dass wir keine Falte reinnehmen. Damit wir das nicht machen, ist es wichtig, dass wir immer seitlich fühlen, ob auch alles flach ist. Damit das der Fall ist, seht ihr, dass ich immer wieder mal den Stoff so nach hinten schiebe, bis ich eine faltenfreie Stelle habe und da wieder drüber nähen kann. Also macht das jetzt lieber langsam und konzentriert euch, denn ansonsten müsst ihr das Ganze wieder aufmachen und das macht wirklich keinen Spaß. Wenn ihr am Ende angekommen seid, ist es wichtig, dass die Nähte überlappen. Das heißt, ihr näht so circa 1 cm über den Anfang von der Naht und dann verschließt ihr erst. Dann müssen wir das Ganze wieder aufbügeln und das ist zugegebenermaßen wahrscheinlich die bis jetzt blödeste Naht zum Aufbügeln, aber es ist ja wichtig. Also bitte überall einmal schön aufbügeln. Als nächstes werde ich jetzt die Nahtzugabe vom Ärmel zurückstutzen. Ich habe das Gefühl, das sieht dann von außen viel glatter und schöner aus. Ihr müsst es aber nicht machen, weil ich weiß, speziell am Anfang hat man irgendwie panische Angst vorm Wegschneiden. Deshalb keine Sorge, wenn ihr es nicht machen wollt, aber wenn ihr es macht, dann macht es ordentlich. Ich weiß, es ist nur innen, aber es sieht einfach viel schöner aus. Und egal, ob zurückgeschützte Nahtzugaben oder nicht, damit der Ärmel schöner fällt, bügeln wir jetzt beide Lagen der Nahtzugabe nach innen. So, als nächsten Schritt stecken wir das Bündchen an das Halsloch. Dafür machen wir als allererstes die Naht vom Bündchen an die hintere, mit der Naht vom T-Shirt. Und wenn wir das dann gesteckt haben, dann schauen wir, wie viele Knipse wir noch übrig haben. Am Bündchen sollten noch sieben Knipse frei sein, an den beiden Rückenteilen sollte jeweils ein Knips zwischen hintere, Mitte Naht und Schulter Naht sein und am Vorderteil sollten noch drei Knipse sein. Wenn ihr mehr oder weniger Knipse habt als das, dann habt ihr leider irgendwas falsch gemacht. Und um herauszufinden, was müsst ihr das Bündchen nochmal von dem T-Shirt runternehmen und die einzelnen Schnittteile versuchen, so genau wie möglich auf das T-Shirt nochmal draufzulegen, um zu sehen, wo ein Knips gegebenenfalls fehlt oder zu viel ist. Wenn ihr aber richtig gearbeitet habt, dann könnt ihr jetzt einfach entlang der Halskante gehen und dann den ersten Knips vom Bündchen mit dem ersten Knips vom Halsloch verbinden. Danach Schulternaht mit einem Knips, dann wieder Knips mit Knips und dann nochmal Knips mit Knips und noch einmal Knips mit Knips, dann wieder Schulternaht mit Knips und noch einmal Knips mit Knips und dann bist du wieder am Anfang. Ich hoffe, das war jetzt deutlich genug und falls nicht, dann schau dir einfach das Video an, da siehst du ganz genau, was ich mache. Spätestens jetzt wirst du wahrscheinlich merken, dass das Bündchen kleiner ist als das Halsloch. Das ist aber gewollt so und wenn das bei euch so aussieht wie bei mir, dann habt ihr es richtig gemacht. Wenn aber viel mehr Volumen dazwischen ist, dann müsst ihr nochmal schauen, ob ihr nicht irgendwas falsch gesteckt habt. Natürlich müssen wir das Volumen zwischen den Stecknallen auch gleichmäßig verteilen. Dafür ziehen wir den Stoff zwischen zwei Stecknadeln so lange, bis beide Lagen ganz flach aufeinander liegen. Dann schnappen wir uns die Mitte der beiden und stecken dort eine Nadel rein. Das Ganze machen wir jetzt einmal komplett ums Halsloch rum und wenn ihr euch noch unsicher seid beim Nähen, dann steckt jetzt bei den neuen Zwischenräumen auch nochmal überall eine Stecknadel rein, bis wirklich alles schön verteilt ist. Das Nähen vom Halsloch ist nicht ganz einfach, deshalb steckt lieber zu viel als zu wenig. Und so soll das Ganze dann circa ausschauen. So und jetzt geht es wieder ans Nähen. Dafür legen wir die Stoffkante auf die 1 cm Linie. Ihr könnt mit der Naht anfangen, wo ihr wollt. Ich fange immer gern bei der hinteren Mitte an. Dann stellen wir die Maschine auf den elastischen Stich. Wenn ihr die Einstellung dafür nicht mehr im Kopf habt, dann schaut euch das Erklärvideo nochmal an. Ansonsten können wir gleich loslegen, wie immer. Wir drehen die Nadel in den Stoff, gehen rückwärts, um die Naht zu verschließen und dann vorwärts komplett der Kante entlang. Wichtig ist diesmal, also eigentlich ist es immer wichtig, aber diesmal ist es besonders wichtig, dass ihr ganz genau bis zur Stecknadel näht und sie dann erst rauszieht. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die Längen von Halsloch und Bündchen nicht gleich sind. Das heißt, wenn ihr jetzt immer einfach die Stecknadel rauszieht, dann bleibt euch am Ende Halslochstoff über und den kriegt ihr dann nicht mehr weg. Deshalb müssen wir das Ganze nochmal aufmachen und weil das nervt, wollen wir das natürlich nicht. Wie beim Ärmel fühlen wir wieder mit den Fingern, ob auf der Seite auch ja keine Falte drin ist, wenn wir drüber nähen und weil die Strecken unterschiedlich sind, wie schon mehrfach erwähnt, ist es hier ein bisschen schwieriger. Das heißt, ihr dürft hier ausnahmsweise ein bisschen am Stoff ziehen, während wir nähen, aber wirklich nur, wenn es gerade sehr schwierig ist, keine Falte reinzunehmen. Und wenn wir am Ende sind, ist es wieder wichtig, dass wir über den Anfang drüber nähen und die Naht dann erst verschließen. Falls die Nähte wie bei mir nicht aufeinandertreffen, ist es gar nicht schlimm, das merkt man dann später nicht mehr. Falls ihr aber eine Falte reingenäht habt, dann müsst ihr das beheben und dafür schaut euch am besten das Video zur Fehlerbehebung an. Jetzt widmen wir uns der Versäuberung vom Saum. Dafür brauchen wir unser Saumband, das wir mit der rauen Seite, das ist die Kleberseite, nach unten auf die Innenseite von dem Stoff legen. Wir legen das Band so nah wie möglich an die Kante, es soll aber auf gar keinen Fall aus dem Stoff rausschauen, denn ansonsten klebt euer Bügelbrett und das Bügeleisenspitter. Ich mache es immer so, dass ich zuerst noch mit der Spitze ganz leicht das Saumband in Position bügle und dann bügle ich über das gesamte Stück nochmal so circa 5 Sekunden drüber, ohne Dampf, damit es auch wirklich richtig gut klebt. und das machen wir jetzt einmal komplett um den Saum herum, bis wir wieder am Anfang sind. Nachdem das Ganze jetzt richtig gut abgekühlt ist, können wir das Papier runterziehen, damit wir nur noch die dünne, durchsichtige Kleberschicht drauf haben. Jetzt klappen wir den Saum nach oben und das sollte eigentlich ganz leicht gehen, weil wir ja noch diese Bügelkante vom Anfang haben. Wichtig ist, dass die Nähte beim Umklappen ganz genau übereinander liegen und damit sie sich nicht verschieben, stecken wir das Ganze mit Stecknadeln fest. Zusätzlich stecken wir dann noch eine Nadel in die ungefähre vordere Mitte. So können wir uns jetzt beim Bügeln immer auf ein Quartal, also von Stecknadel zu Stecknadel konzentrieren. Wir schauen dann, dass diese Strecke ganz flach liegt, das ist wirklich wichtig. Ihr sollt hier auf gar keinen Fall Falten reinbügeln, denn das sieht man dann später von außen und kriegt man nur schwer weg. Und wenn ihr das habt, dann können wir wieder pro Stelle circa 5 Sekunden drüber bügeln, aber diesmal mit Dampf. Natürlich machen wir das Ganze jetzt einmal komplett um den Saum herum und dann nehmen wir die Stecknadeln raus, damit wir auch über diese Stellen nochmal drüber bügeln können. Und so soll der Saum am Ende dann ausschauen. Ich hoffe, dass er bei dir genauso aussieht, beziehungsweise wahrscheinlich noch viel schöner ist. Natürlich müssen wir das Ganze auch noch mit dem Ärmelsaum machen und lasst euch nicht irritieren, dass der Ärmel noch nicht drangenäht ist. Ich habe gerade eben gemerkt, dass die Reihenfolge, in der ich es genäht habe, nicht so clever ist. Deshalb bei euch sollte der Ärmel jetzt schon dran sein. Ansonsten genau das gleiche Spiel wie vorhin. Wir legen das Saumbann mit der rauen Seite nach unten auf die Innenseite des Ärmels und positionieren es zuerst mit der Spitze des Bügelleisen. Dann gehen wir einmal 5 Sekunden ohne Dampf überall drüber, machen das Ganze komplett um den Saum herum, lassen es abkühlen und ziehen dann das Papier runter. Weil wir hier nicht so eine lange Strecke haben, brauchen wir keine Stecknadeln. Es ist aber wieder wichtig, dass die Nähte ganz genau übereinander liegen und dass ihr keine Falten drin habt. Dann bügeln wir zuerst auf der einen Seite wieder mit Dampf wie vorher und dann auch die andere Seite, damit wir wirklich überall drüber gebügelt haben. Und das Ganze machen wir natürlich auch noch auf der anderen Seite, damit beide Ärmel so schön ausschauen wie der hier. Es schaut zwar schon so aus, als ob es fertig wäre, wenn wir das jetzt aber so lassen, könnte es sein, dass der Saum nochmal runterkommt und das wollen wir glaube ich beide nicht. Deshalb legen wir jetzt die Saumkante auf die 1,5 cm Linie und stellen die Maschine auf den geraden Stich mit einer Stichlänge von 2,5. Fangt am besten bei einer Stelle an, die man nicht so gut sieht, beim Ärmel, bei der Naht und beim Saum am besten bei der Seitennaht. Und genauso wie wir es vorher schon mehrfach gemacht haben, müssen wir auch hier über den Anfang der Naht drüber nähen und erst dann können wir die Naht verschließen. und das machen wir jetzt mit den beiden Ärmeln und mit dem Saum unten. Wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir nochmal kurz zum Bügeleisen, denn es kann sein, dass sich der Saum durch das Absteppen so ein bisschen gewählt hat. Um die Wellen rauszukriegen, bügele ich immer so, dass ich das Bügeleisen von oben einfach auf den Stoff rauflege und dann so kleine Hin- und Her-Bewegungen mache und nicht wie normalerweise hin- und herbügle, weil ich das Gefühl habe, dass man dann die Wellen einfach nur von rechts nach links schieben würde, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Wie ihr sehen könnt, wird es bei mir richtig schön glatt, deshalb kann ich diese Technik nur empfehlen. Und bevor wir jetzt fertig sind, ja, fertig mit allem, bügeln wir nochmal überall drüber, damit das T-Shirt so schön wie möglich ist, wenn wir es zum allerersten Mal anziehen. Und so schnell kann es gehen, du bist fertig mit dem T-Shirt, ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und du würdest mir eine riesen Freude bereiten, wenn du dein eben genähtes Teil auf Instagram unter Hashtag dein Atelier posten würdest oder mir ein Gefällt mir gibst oder mir folgst. Außerdem freue ich mich genauso über jede Art von Feedback, ob jetzt per E-Mail oder auf der Facebook-Community. Dann sage ich schon mal danke und hoffentlich bis ganz bald beim nächsten Nähvideo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.